Hallihallo Löhle, hier zurück zu Sacred. Ich habe Offscreen, habe ich mir einen neuen Helm besorgt. Und eine neue Axt. Jetzt sehen wir hier in Mascarelle. Hier waren wir schon alle, haben wir alle Quests fertig. Jetzt wollte ich mal da oben im Wald gucken. Ist auch ein Drache, auch ein Eiselfen, meine ich. Müssten da sein. Mal gucken. Weil wir müssen immer noch ein paar Level Offscreen machen. Also Offscreen nehmen wir. Sind erstmal 1,50. Ist bisschen wenig. Mal gucken. Mal gucken. Da können wir weiter gehen. Da war auch noch ein neben Quest genau. Der ist weg. Was kommt hier noch? Ich bin ja nicht weg. Hallo. Wendlich. Das ist manchmal so komisch. Du drauf machst den Skill aber nicht. Komm, du auch, ja. 55, ja. Das ist ja genau in unserem Levelbereich. So kann ich bleiben, Doktor. Jetzt gibt's was auf die Mütze. Ah, Moment, wir trank. Ja, kann man immer gebrauchen. Ich wüsste eine Stelle, wo wir wahrscheinlich hingehen könnten, zum Trainieren. Aber, na gut, keiner weiß ja nicht. Da stehen wir nun, er und ich. Der Schurke und sein Henker. Die Mütze trankt uns jetzt hier nicht, weil es sind kaum Gegner da. Gucken, was hier noch so ist. Wir müssen die Karte kunden. Eine Höhle. Eine Höhle. Gehen wir mal da rein. Jetzt sind wir da. Gegner. Untote. Ne, ich komm mal drauf. Untote ist blöd. Hallo. Jetzt gibt's was auf die Mütze. Ja, was läuft denn noch? Wir haben keine Mützen. Heiltrank. Hm. Da gehst du nicht weiter. Nein. Gehen wir zurück. Wer das wohl synchronisiert hat? Ich laufe doch hinterher. So, geht doch. Gold, Gold, nimm mal mit. Gold, Gold, Gold. Vergammelte Handschuhe. Da müssen wir ja rein, um weiterzumachen. Aber da waren wir ja schon längst. Können wir noch hier oben weiterlaufen. Da gibt's immer wieder mal so kleine Nebenwege ohne Quest. Die man da laufen kann. Die schon unten im Süden den Wald am Fluss entlang zum Drachen. Das gibt's immer wieder mal. Gehen wir es mal hier lang, oder? Ach komm' Bevor ich die vergesse, oder übersehe. Quest. Genau. Dann bin ich einfach hoch. Dann folgen wir mal... Dann lassen wir mal die Damen uns folgen. Mal so. Folgen er mir nicht, ich lehne es. Wasser vor mir, eine Rune. Schön. Ich bringe euch den Tod. Unternehmste, bitte. Gemeine Ring der Lieder. Komm runter, du Fliegenhaini. Geht doch. Oh. Oh. akarianische blutbär achten auf sein mein kriegsschrei wird es aber ganz ein bisschen viel lieber alles kein thema ein paar probleme weiter geht es genau schießt schon mal auf was ist denn hier los immer einen menschertrack achten tot ein bisschen zu viel für die beiden die punkte will ich mitnehmen ich könnte doch auch die machen wie viel schöner gegangen fängt man gerade mal so ein da wird das wieder so die machen ein bisschen schaden nur ein bissel man ja hau du auch noch ab die tannere schläge kniechtet ist jetzt rot? ne, kann ich noch nach oben weiterlaufen ok, geh mal weiter, geh mal weiter jochi, jocha, jochaisasa noch ein blutbär ein eiself, wer sinds hier? der erste eiself boah, bleib stehen, ey, man das nervt dich nur starke heiltrank starke sache halt einwerfen weit im text, man oh, stehen ein paar Vieh drüber das ist mir der blutbär kriegen sie eine Mörsergranate, haben sie angeworfen so, zack öh, stehen wieder zusammen drei stück, immerhin tränkchen rein alle weg sehr schön soll der Lichtstrahl da? keine ahnung öh, jetzt haben wir hier eine Hütte nehmen wir mal rein aber mal guten tag ist nix drin ok hm, dann weiter hm, was ist jetzt hier? ach, schaden, oder was? hm, keine ahnung oder, was ist denn da? da 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 und da 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 eine da das da Hä? Bleib an! Die Lichtschwerte kommen! Harte Schlag! Wie ein Ohrner! Hallo? Wie ein Ohrner! Wie ein Ohrner! Wie ein Ohrner! Wie ein Ohrner! Na komm mal ran! Mörser! Hallo! Gibt Gummi! Wessen zeitig? Wie ein Ohrner! 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 Das hast du davon! Wie ein Ohrner! Wie eine Ohrne! Habe ich mir auch wieder trinkt gekauft! Ich habe das einige verbraucht! Och hab mir noch einiges! Da! hast du irgendwie. Heyy~! Wenn ihr das durchschließen wollt, bitteschön, müsst ihr pausieren. Wohnmeister, ein Händler. Was haben wir da? Gold, wie immer. Eben verkaufen, alles für Müll. Können wir alles nicht gebrauchen. Mal verkaufen. Was ist das? Der Ring, Schutz 40, nein. Antibus brauchen wir auch nicht. 2,36, zu wenig. Eine Keule, eine Axt. Zählt auch als Axt, das ist schwach. Zählt auch als Axt. Aha, warte mal da. Nichts Besonderes. Ein paar Tränen kütze ich mir auch ein. So, ich sehe gerade ein bisschen länger geworden, der Part, aber ist ja nicht so schlimm. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Zerkot. Bis dahin, schön mit Ö. gears späавай. Bis dahin. Bis dahin. Eininek vielz helmets. Bis dahin. ��u. Bis zum nächsten Mal.